Und weiter geht es mit einer dämonenreichen Folge Diablo 4. Wir sind in der Hölle Leute und ich habe nochmal neu geladen, weil ich ausgelockt war. Wir sind aber fast an der selben Stelle hier so, ne? Aber ich habe leider ein volles Inventar, ja? Ich muss überlegen, ob ich irgendwas raushaue. Egal, wir gehen einfach weiter. Ich glaube, was ich so im Inventar habe, macht jetzt nicht so Sinn, das Ganze auszusortieren. Diesmal ist es auch komischerweise, sind die Leute jetzt wieder bei mir am Start, also meine Compañeros, meine Bros. In der letzten Aufnahme waren die auf einmal irgendwie weg, ne? Keine Ahnung, was da los war. Aber so ist es schon deutlich angenehmer, würde ich sagen. Ey, 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 Kollege. Nicht mit mir. Oh, 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 oh. Warte mal, guck mal. Ich würde ganz gerne versuchen, warte mal. Das ist nur 2000 Gold wert. Und das ist halt ein bisschen mehr wert. Hab ich doch irgendwie... Ja. Ja, ich werde schauen müssen. Ich werde schauen müssen. Ich werde auf jeden Fall später noch irgendwie aussortieren. Ja, dass ich mich unterwegs irgendwie verkaufen kann. Das ist jetzt ein bisschen bitter. Jetzt mal, warum hält sie? Du Lady. Ich hier so gut aus. Ah, warte mal, jetzt fang. Ich nehme einfach den hier Feuer wiederstand. Das wird schon passen. Er sagt ja, wenn die mit angreifen, da kommt viel mehr Schaden bei rum. Warte mal, wir gucken mal irgendwie, was ein bisschen wenig Gold wert ist. 2300. Hier ist jetzt... Oder warte mal, Ringe. Uh, 21.000. Sind die wieder vorgerannt? Die wieder vorgerannt? Ah, ja. Tatsächlich. Okay, die machen hier Pause und ich muss alleine. Alles klar. Let's go. So, dann gucken wir mal, dass wir den weghauen. Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Ich wollte auf einmal ganz kurz in die Einstellung rein. Weil von der Helligkeit her gefällt mir das doch nicht so gut. Äh, Helligkeit, Helligkeit. Wo ist denn Helligkeit? Nee, Grafik. Quatsch. Helligkeit kalibrieren. Ich mach mal ein bisschen mehr, Leute, ja. Ich glaube, für euch in der Aufnahme ist es angenehmer, wenn es ein bisschen heller ist. Und dann erkennt ihr deutlich mehr. Aber auch nicht zu hell. Das soll ja noch, ups, dieses Feeling hier haben. Oh. Äh, ja. Wir sollen jetzt mal die hier weghauen. Nein, 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 nein. Ganz ruhig hier. Ja, es wird sich verschieben. Alles klar. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Groß. Schau mal, Herr, mit dem Trank. Wo ist die Lady denn? Ja, hier. Einmal komplett drauf. Sie abgehauen? Okay, ich dachte, das wird jetzt irgendwie ein krasserer Kampf. Aber anscheinend nicht. Oh, da muss ich hier oben. Ich glaube, ich sollte hier oben weiter lang, ne? Ich dachte, ich muss jetzt vielleicht nochmal runter, aber nee, anscheinend nicht. So, herm finde ich gut. So, wie sieht's hier aus? Überrascht mich, dass ihr noch die Worte für das Wollwerk kennt. Ich habe euch diesen Zauber beigebracht. Ich muss noch irgendwie gucken, dass ich ein paar Dinge rauswerfe, die nicht so viel wert sind. Wen hier zum Beispiel 5000 Gold. Okay, damit ich weiß, ich muss mir das einmal ganz kurz sortieren, Leute. die Sachen in der Ecke sind die, die am wenigsten Wert haben, würde ich sagen. Doch mit über 8000, ah, guck mal hier. Hier auch so gut wie gar nichts wert. So, damit wir bessere Sachen bekommen, damit wir die dann direkt rauswerfen können, ohne groß drüber nachdenken zu müssen. Noch mehr von diesem verdammten Höllenfeuer. Ich mache den Weg frei. Ja, das hat die Hölle so irgendwie so mit sich halt, ne? Ich muss noch eine Gegnerwelle. Wahrscheinlich, oder? Oh. Ja. Punkt des Hasses. Alles klar. Alter. Warum haut der so fies rein? Ey, ey. Zieht mich noch mal ran. Der macht mir den Scorpion. Macht der hier mir eiskalt den Scorpion, bro. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Ganz schnell. Jetzt einmal Heilung und Ey, ey, ey. Nein, nein, nein. Lass mich hier raus. Ich habe kaum noch Essenz. Ja, das sehe ich, bro. Da sehe ich, dass die Essenz ausgeht. Aber ich würde sagen, gerade läuft's ganz gut. Oh. Wir können einfach draufhalten, würde ich sagen. Wir können einfach draufhalten. Wir müssen einen anderen Weg finden. Wir legen den Dinger hier direkt raus. Und wie hier? 4.900. Auch nicht das Beste, ne? Ist jetzt auch nicht wirklich das Beste. Wir machen mal so, damit ich das ein bisschen besser trennen kann. Warte mal, habe ich gerade... Ne, okay. Ich wollte schon sagen, ich habe ausgesehen was ausgetauscht, oder? Ne. Ich habe übrigens auch den Ring hier bekommen. Kurz vor der Aufnahme. Da hatte ich einfach ein Glück gehabt. So ein geiler Drop. Ist geil, aber aktuell ist es gut. Aktuell ist es ganz nice. Oh, raus da. So, schon besser. Oh, warte mal. Also, ich dachte, ich habe dann Trank gehört. Aber anscheinend nicht. Oh. Heilbrunnen, ihr wisst, was das heißt. Heilbrunnen bedeutet nie was gut. Heilbrunnen ist eigentlich immer ein Zeichen für Probleme. Alles klar, gut geteilt, Ah, da ist sie auch, der ist hier. Mal schauen, was die gute Frau bekann. Komm, schnell mal hier paar die nur Ronis weghauen. Das Geile ist, hier liegen auch immer mehr als genug Benke und auch mehr als Gegner, die uns einheizen. Ja, lass uns schon rein. müssen wir die die weg hauen. Okay, einer wird schon mal gehen her, so eine Geschichte. Sehr schön. Alles klar. Wir haben sogar ein paar Tränke rumliegen, also die ist nicht so stark, ne? Der Zwischenboss davor habe ich gefühle aber ein deutlich stärker. Die war relativ easy, muss ich schon sagen. So, was haben wir hier? 9000 Gold, gut, dann können wir das Ding hier wegwerfen, Feinschutz, gut, ist auch nicht gerade viel wertvoller. Nein, 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 werf den mal weg. Wir sind so voll, ey. 5.000 ist auch nicht gerade die Welt. Aber der Ring hier vom Gold her lohnt sich auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr. Ihr wisst durchaus mit Verantwortung umzugehen, Donen. Ich verstehe, weshalb ihr ins Kostländer Sagen hattet. War das ein Kompliment? Jemand muss das aufschreiben, diesen Augenblick festhalten. Es ist ja nicht so, dass es das Erste wäre. Da war ja noch das andere Mal. Oh ja, ich... Lötten die gerade? Die Erde bewegt sich. Macht euch bereit. Haben die gerade deren letzten... Alter! Was? Okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Okay. Jetzt weiß ich, warum der Heilbrunnen da war. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Also, die Fressen will ich jetzt nicht unbedingt. Oh, ja, ja, ja. Ja, sehr gut, sehr gut. Das ist mein Bro. Oh, ja, 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 ja. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn er mich einmal anknabbert, ne? Oh, 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 na, super. Nein, 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 nein. Ich schmecke nicht gut, Bro. Halt, das ist ein Wie? Das macht die Navi, hier sind ja noch ganze Fliecher hier. Ich hoffe, der hat gar nichts gemacht, oder? Kann das sein? Okay. Habe ich noch irgendwie Leichen oder? Nein, nein. Ah, mit Essen sieht es nicht so gut aus. Oh, oh, nein, nein, nein. Ja, jetzt, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Jetzt haben wir gut. sehr schön das war ja klar dass er mich jetzt bekommen wird wenn du jetzt nochmal den auf den Boden haut, wäre das ganz nice oi 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 warte mal ich brauche eine Heilung komm 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 ne drauf gehen ah nein oh oh das war nicht gut das ist nicht so gut nein wieder Abstand ok das ist hab ich jetzt nochmal Glück gehabt super die Dümpfälle der Volk ist hier im Weg mach ich nochmal bisschen drauf da war ja klar dass mich das wieder erwischt aber wir kriegen gleich wieder Heilung nein hohohoho flux auf seinen Pool Ah super Nein, 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 raus aus dem Gift. Noch mal mit der Heilung. Super. Die ist alles vergiftet. Die ist einfach alles vergiftet. Aber den sollten wir gleich haben. Nein. Okay, gut. Komm, wir holen jetzt nochmal schön auf den Boden, Bro. Ja, ja, ja. Sehr schön. Oh, super. Das war ja klar, dass ich... Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt war ich ein bisschen zu. Ingenieurskirchen, ihr wisst schon was meine. Okay, das war noch ganz gut. Oh, ja, 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 ja. Jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn, aber... Komm schon. Ach, sehr gut. Sehr schön. Du hast aber keine Gift-Explosion. Oh, 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 warte mal. Meine Last ist zu groß. Warte, 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 hau mal. Was billiges hier raus. Möchte die Handschuhe, ja. Was haben wir denn hier für einen Unterschied? Äh, 35% Block, okay. Haupttanz. Ich habe auf jeden Fall auch mehr Dornen. Stichlichkeitsbesser, schaden Gegner. Tanzreduktion, weniger Schaden durch die Gegner. Alle Werte ziehen. Eure Skelett, wir wirken alle ziehen. Ja, wir nehmen uns weg, das. Deutlich besser. Und dann hauen wir mal das hier raus. Ich weiß, wie viel das Schwert wert ist. Ja gut. Hat sich definitiv gelohnt. War nicht schlecht. Kampf, der war geil. Muss ich schon sagen, war schon echt knusprig. Bei allem was. Lorat, seid ihr? Ich verschnaufe nur eben. Ich sehe den Turm vor uns. Kommt schon. Wir kriegen ja gleich einen Wegpunkt, dass ich verkaufen kann. Also so ein bisschen kaufen und versetzen wäre nicht verkehrt. Ich glaube, dazu wird es aber nicht kommen, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Maschine. Was ist eine Maschine? Warum sehe ich nichts? Oh, okay. Wo sind die? Ah, hier, okay. Warte mal. Wir werden wahrscheinlich eh jetzt nicht... Nur von Lilith oder Inarius? Ja, hier. Lilith war hier. Ich sehe die Blutblüten. Ja, dann mal los. Let's go. Und? Mann. Mann. their Mann. 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 Ich bin Ex-U-C-H-I-A. Kämpft standhaft und treu. In seinem heiligen Namen. Gesegnet sei das Licht. Ich bin Ex-U-C-H-I-A. Ich bin Ex-U-C-H-I. Ich bin Ex-U-C-H-I. Ich bin Ex-U-C-H. Ich bin Ex-U-C-H-I. Ich bin Ex-U-C-H-I. Ich bin Ex-U-C-H-I. Ich bin Ex-U-C-H-I. Ich bin Ex-U-C-H-I-A. 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 Ich bin Ex-U-C-H-I-A.